Haben Sie einen Tisch frei? Einen Tisch für zwei Personen, für drei Personen, für drei Personen. Ja, natürlich. Naam, taban. Ja, natürlich. Naam, taban. Ja, natürlich. Naam, taban. Ja, natürlich. Hier entlang, bitte. Was möchten Sie trinken? Was möchten Sie trinken? Was möchten Sie trinken? Bestellen. Was möchten Sie bestellen? Essen. Was möchten Sie essen? Ich hätte gern eine Suppe. Ich hätte gern eine Suppe. Und für mich Pizza mit Thunfisch. Samak. Fisch. Mit Thunfisch. Pizza mit Thunfisch. Alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Ist alles in Ordnung? Schahia Talba. Guten Appetit. Schahia. Appetit. Schahia. Appetit. Schahia. Tayba. Guten Appetit. Hat es Ihnen geschmeckt? Möchten Sie einen Kaffee? Noch einen Kaffee? Noch einen Kaffee? Noch einen Kaffee? Noch einen Kaffee? Die Rechnung, bitte! Die Rechnung, bitte! Die Rechnung, bitte! Ich möchte bezahlen. Ich möchte zahlen. Kann ich mit Kreditkarte zahlen? Ja, der Tertieb ist so. Kann ich mit Kreditkarte mit Kreditkarte zahlen? Kann ich 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 mit Kreditkarte zahlen? Sehr gut! Schukran, danke! 豈 Kann ich mit Kreditkarte zahlen? «Hal handa katawla lechach sein?» «Haben Sie einen Tisch für zwei Personen?» «Haben Sie einen Tisch für zwei Personen?» «Azim», بال-Almani «großartig». «Großartig». «Großartig», «Hadihie saaba». «Großartig», «Azim». «Großartig», «Großartig». 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 «Großartig».